Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Xenoclash, einem neuen Let's Play für mir, was ich blind spiele. Ich habe keine Art, also ich weiß, dass es um irgendwie Sachen zusammenschlagen und sowas geht, von einem Steam Trailer, aber ich weiß gar nichts von dem Spiel. Ich habe Untertitel eingeschaltet, also keine Angst. Hm, was soll uns das sagen? Wird da jemand wütend auf jemand anderem und dann wird jemand verbannt oder was? Hallo, Gerr. A trick with bomb. You learned that from me you remember. But you didn't do it right. You are not dead like me. Let's see what else you remember from your trick. Try kicking those belts to a warm up. Now you will fight me. But those kicks won't help you much. To fight a real opponent, you have to focus on him. That's it. Now all your attacks and your movement are focused on me. Now hit me. Now remember not to punch once. Do a three-punch combination. Right, left, right. Your combination is much faster, much better than single punches. Now hit me with a strong attack. Good. Now it's my turn. Block my punches. Good. Now block until you are tired. I read this. It was a pretty dumb Sliming. Do what I tell you. Come here and block my punches. Do what I tell you. Come here and block my punches. Look. And your punches get slower. Now get out of the way of my attacks. See my attack coming and dodge. Good. Now do it again. Good. When many attack you, you must be quick to decide on who you will focus on. Now focus on the other fighter. Good enough. Now fight him only. Hit him more. He's done. You can do something better than hitting him. Grab him. Now you can crush his face. And you can throw him away. Now you can crush his face. And you can throw him away. You are waking up. Yes. You are not dead. Ein Trick mit der Bombe, du lernst das von mir, erinnerst du? Tja, ich glaube wir haben Scheiße gebaut und müssen jetzt abhauen Die Ladezeiten scheinen ja schnell zu gehen, oder? Ja doch Gat, ich weiß nicht warum du das gemacht hast Vater, Mutter und Kinder sind schon gekommen, du hörst du? Gat! Wenn du mit mir bleiben, dann könnte sie dich auch holen Ich weiß Da ist er! Ja! Wir werden deinen Schein und deinen Schein Tja, du hast dich zu unterstützen, Gat! Ich versuche, die Gat! Okay, und er ist erkannt Du hast du Vater und Mutter, du wertvolle Gat! Ich habe dich nicht gebraucht, Gat! Okay, ich gegen Dieter war gescheit Okay, das fehlt mir jetzt wirklich nicht so viel Und Schiss! Da gehst du und jetzt du doch! Bam, bam! Ich kann dich zu retten! Ah, Mist, der wollte ich blocken Aber ich bin gewohnt, dass man mit Rechtarm aus zu blocken Aus irgendeinem Grund Der wäre erledigt Oh, der ist zurückgekommen Ah, verdammt Den hätte ich blocken können Ha, ausgewichen Und jetzt nehmen wir ihn Ich habe, was so ein Fairplay gehört Genau das gibt es hier nicht Du kannst Früchte aufnehmen Und verzehren, um deiner Gesundheit Hierherzusteinen Okay, es gibt schon leider kein Rackdoll Ganz ehrlich, was sind das hier für Gestalten Keiner von ihnen sieht Nach irgendetwas aus Jetzt nicht fallen lassen Bist du durch? Lässt das Tor zu und sagt, fragt dann Bist du durch? Oh, nur der Hype Oh, eine Gewehr Okay, da ist ein Schuss passend da rein Die Nachladen mitzünden ist ja merkwürdig Okay Nur mit einem Linkskick Äh Schlammst zu Boah Alter Wie triggere ich das? Ich muss irgendwo hingucken, glaube ich So, damit hätten wir auch das erledigt So, dass du deinen Feind auch während deiner Füße noch immer im Nachkampf anwesern kannst TIP Verwenden sie des Sterners, was zu blocken, um ihre Waffe zu werfen Aber ich will sie nicht werfen Aber ich will sie nicht werfen Jetzt, mit der Skullbomb Lass mich es explodieren Eine letzte Mal Seh Das Explosion war das letzte, was ich sah als ich lebend war Das war das letzte, was ihr Vater und Mutter sah, als sie lebend war Aber du Du bist nicht sterben Gat, bist du okay? Du warst für einen Moment Ich weiß, dass du dich schuldigst, aber sie bringen Bugbirds, um dich zu folgen Du musst du eine Gange, bevor sie hier sind Und du bist hier Und du bist hier 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 Okay Du kannst während Du kannst vorwärts laufen Und steinendmäßig sich umschaltet Ja, wie er sprintet weiß ich doch Wo ist er Es ist keine Waffe Schade eigentlich Oh, mein Leben sind voll Okay Oh, das sind tatsächlich Oh, das sind tatsächlich Okay, das Kladen hier funktioniert echt Funktioniert ja noch leichter als in Call of Duty Okay Okay, da ich unendlich Munition hab Um Wasp No Oh Oh I I I In You Face Und I Gat! Hey Gat, hier! Ich denke, ich kann von hier zu diesem Rücken und... Alter! Ich gegen noch drei sicherstellen. Wir sind gegen einen Rücken! Wir sind... Okay, dazu muss ich nachladen, glaube ich. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh Die können übereinander stolpern, das ist ja witzig. Okay, der wäre aus dem Weg. Der, noch nicht ganz. Okay, ich glaube, ich habe damit alle drei erwischt. Oh, ich hoffe, ich... Es ist lustig, dass du mich folgst, Teadra, weil ich nicht mehr zu gehen wollte. Also, du wirst hier warten, bis deine Millionen Brüder und Schäuze dich hierher getötet haben und dich töten? Geh auf, Yutef! Wir gehen zur Beach oder die Wurde, wo wir schlafen können. Weg von Halstam! Ich bin glücklich, dass du gekommen bist, Teadra. Es scheint, dass es jetzt mein Geil, dich zu folgen. Soweit ist das doch schon mal interessant für eine erste Episode. Ja. Okay. Ich bin sicher, dass es das ist, was ich machen würde. Okay, ich bedanke mich auf jeden Fall für's Zusehen bei dieser ersten Episode. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, ob euch das Projekt überhaupt gefällt. Ob jemand von euch das Spiel kennt und sagt, nee, das ist ganz scheiße. Und falls keiner von euch das Spiel kennt, dann bin ich froh, dass wir es gemeinsam entdecken können. Ich bedanke mich auf jeden Fall für's Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall für's Zusehen, bis zum nächsten Mal.